Yes, 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 noch einer Leute, noch einer, noch einer, wir haben neun in einem Spiel, wir haben neun in einem Spiel. Hallihallo, ich bin's wieder, euer Knotze, willkommen zu Challenge Time. Heute gibt es eine ganz, ganz besondere Challenge. Ihr seht, ich zocke mit einer normalen Waffe, es geht nämlich um folgende Challenge. Die haben wir der Aztek NX gestellt und zwar folgende. Du musst in einer Runde Herrschaft in Advanced Warfare 10 Headshots schaffen, Waffe egal. Und deswegen starten wir einfach mal das Spiel zur Bestrafung, komm ich gleich. So, wir haben jetzt ne Lobby gefunden und Leute, ich hab nur einen Versuch heute. Das heißt 10 Headshots in einem Game, hoffentlich schaffen wir das. Und die Bestrafung ist folgende, wenn ich es nicht schaffe, werde ich heute, ich mein, das Video wird jetzt in meine Lunge kommen, werde ich heute, ich geh mal mit Freunden heute fort und dann, Leute, werden wir, die schärfste Currywurst überhaupt essen. Eine Million Skurril, es gibt bei uns in Wien, in der Weringer Straße, bei der U-Mann-Station, gibt es einen Hot-Tag schon mit einer Million Skurril und da werden wir uns die reinpfeifen, falls ich das heute verliere oder nicht. Also da freue ich mich eigentlich schon ziemlich drauf. Ich hab zwar schon mal Tabasco-Stamper getrunken, aber ich glaube, dass heute wird nochmal eine Liga höher sein. So, wir suchen uns gleich mal die Gegner. Eigentlich können uns die Objektivs ziemlich egal sein. Wir müssen nur auf die Köpfe ziehen, das heißt, ich probiere jetzt auch nur so herumzurennen. Ah, scheiße, Alter. Ich hab mir gedacht, das ist gar nicht mal so schwer, die Challenge, das sind halt mir die ausgesucht. Das gibt's gar nicht, den habe ich fünfmal getroffen. Alter, das gibt's. Oh Gott, das ist lecker. Bäm, war das ein Headshot? Ich glaube nicht, oder? Scheiße, yes, das war ein Headshot. Volltreff. Wir schauen einfach am Schluss auf die Medaillen, ob wir es geschafft haben und ich bin mir nicht sicher, ob der erste ein Headshot war. Oh, das war keiner. Das war keiner. Und ich spiele jetzt auch nicht taktisch oder so, Leute. Ich rush einfach vor die ganze Zeit und schaue jetzt nicht in... Hoppala. Schaue jetzt nicht unbedingt um die Ecken und so. Ich muss einfach nur ein paar Leute sehen, weil im Nahkampf ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Kopf einiges höher treffe, So, aber wenn ich die jetzt herlocke, dann können wir welche jetzt ein. Fuck. Scheiße, ich denke einfach, dass das... Alter, hier muss einer kommen, oder? Hier rechts. Yes. Oder war das noch ein Headshot? War das ein Headshot? Fuck, es war kein Headshot. Keine Headshot-Medaille. Zehn Headshots in einem Spiel ist gar nicht mal so schwer, glaube ich. Aber das muss doch irgendwie funktionieren. Alter. Oh mein Gott, mit solchen... Will ich ein normales Spiel spielen, Leute. Ich würde einfach rasieren gegen die Gänge. What the fuck war das? Hä? What? Ich komme gerade drauf. Einschusswaffe M14 oder sowas. Oh, wäre eine Legende gewesen. Aber so... Und war das ein Headshot? War das ein Headshot? Nein, natürlich nicht. Scheiße. War das ein Headshot? Das gibt es ja nicht. Warum bekomme ich nie Headshots? Die sind ja alle hier. Muss ich den jetzt in die Schläfe schießen, extrem, oder was? Fuck, Alter. Die sind so mies, die Gegner. Das ist abnormal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin aber... Ich passe perfekt in die Lobby rein. Ich passe perfekt rein. Was ist das? Alter, jetzt hätte ich aber... War das ein Headshot? Warum war das kein Headshot? Deswegen ist die Challenge wahrscheinlich so schwer, Alter. In allen anderen CODs war das schon ein Headshot gewesen. Alter. Das gibt es gar nicht. Ich glaube, ich spiele schlechteste Runde meines Lebens und bin trotzdem positiv. Gott, Alter. Ich habe vielleicht ein oder zwei Headshots, wenn es hochkommt. Oh, jetzt muss ich langsam hier schwierige Schütze erholfen. AK-12. Baby, du bist meine alte Mühle. Du musst es nicht mehr. Ja, mit der Prezi über das... War das ein... Wenn das jetzt ein Headshot war, Alter. Adlerauge. Komm jetzt. Zeig, zeig, ein Volltreffer. Warum war das kein Volltreffer, Alter? Leck mich doch. War das noch ein Kill? War das ein Headshot? Das könnte einer gewesen sein. Ja, nein, vielleicht. Keine Ahnung. Ja, komm jetzt. Zeig, dass es ein Headshot war. Das muss ein Headshot gewesen sein. Jetzt, jetzt. Das war... Es war hier so. Das ist aus meiner Sicht noch Kopf hier. Hier, King. Fuck, Alter. Fuck, fuck, fuck. So, jetzt müssen wir ordentlich viele machen. Ich weiß nicht, wie viele ich jetzt wirklich habe. Aber 10 waren das auf keinen Fall. Also, Rückrunde. Leute, ich verstehe nicht. Ich steige zu einem Level auf. Wir kommen jedes Mal Spielverderber und so eine Shit. Wir kommen jede Mitteilung, glaube ich, in dem Spiel, was es gibt. Außer jetzt aber. Jetzt aber. Wenn das jetzt nicht mal ein Headshot war, dann raste ich aber endgültig aus hier. Jetzt hier. No-Scope funktioniert besser. Schon wieder ein Headshot. Nice. Komm es, Leute. Jetzt geht es richtig los hier. Jetzt muss es richtig losgehen. Oder auch nicht, ne? Noch ein Headshot. Noch ein Headshot. Leute, jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Noch ein Headshot. Oh Gott, Leute, Leute, Leute. Fünf Headshots in einem Spiel haben wir. Okay, okay, okay. Komm, jetzt fünf noch. Jetzt sind wir gerade... Wir hatten gerade eine dreie Headshot-Suite. Kommt, Leute. Jetzt muss es losgehen hier. Jetzt muss es losgehen. Go, go, go. Da muss ich hinlegen am besten. Yes, noch ein Headshot. Bam. Ah, scheiße. Fuck, fuck, fuck. Mir läuft langsam die Zeit davon. Ich hätte mich einspielen müssen in der Runde. Ich heiße. Jetzt, 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 jetzt. Nein, 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 nein. Yes, noch ein Headshot. Bam, Leute, wir haben schon sieben oder acht. Das wird übel knapp, die Challenge. Das wird knapp. Fuck, das war keiner. Go, 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 go. Weiter, 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 weiter. Pushen. Pushen, Leute. Yes, noch einer, noch einer. Go, 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 go. Oh, mein Gott, Leute, wenn ich das schaffe. Das, wie kann ich da kein Headshot machen, Leute? Der ist gelegen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich kein Headshot mache, größer. Das, da müsste ich jetzt zusätzlich. Das müsste eigentlich zehn als Headshot, weil es schwieriger ist. Yes, 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 yes. Noch einer, Leute. Noch einer. Noch einer. Wir haben neun in einem Spiel. Wir haben neun in einem Spiel. Neun in einem Spiel. Neun in einem Spiel. Und, und. Go, 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 Leute. Einen. Eine Minute haben wir Zeit. Eine Minute. Ah. Nein, ich wär zu nervös. Ah. Fuck, 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 fuck. Go, 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 go. Da ist er. Oh. Das wird so knapp, Alter. So knapp, wie klein ich bin. Ab nochmal. 30 Sekunden. Das darf nicht schief gehen. Komm, ein Headshot. Wo ist der? Wo ist der Bastard? 20 Sekunden. Ich will nicht. Go, 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 go. Wo ist? 20 Sekunden, Leute. 20 Sekunden. Da muss. Der liegt da. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Leute. Nein. 15. Go, go, go. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da hinten ist einer, da drin ist einer. Oh mein Gott, was sind das für Loro Bombs? Und ich hab so... Oh, oh. Oh, nein. Alter. Ich mach den Last Kill von unserem Team und versau es. Ach du Scheiße. Oh. Fuck. Ich kann's jetzt nicht nachschauen, wie viele Kills ich genau hatte, aber bei 10 Headshots nehme ich mal an, wäre wieder was gestanden, das heißt, 9 Headshots, Leute, 9 Headshots. Die Lobby war so easy. So fucking easy. Anna, gut. Ihr werdet jetzt die Bestrafung sehen. Und ich werde ziemlich hart bleiben, nehme ich mal an. Übrigens, ein Freund von mir auch dabei, aber viel Spaß jetzt. Wart noch nicht jetzt. Ein Millionsmobil. Wie viel? Eine Million. Eine Million. Ja, dann lass uns rein machen. Zum Wohl. Salud. Scheiße. Hm. Ja. Also nicht so schlimm. Aber es kommt. Das war die zweite in der Ehe. Ich muss zwei Stück essen. Ich auch. Warte ohne Semmel. Bis zu Devin, das kommt. Ja. 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 Jetzt wird's scharf. Jetzt wird's scharf. Weil, wo die Tränen jahren. Boah. Noch ein Stück? Noch ein Stück. Es ist eigentlich nicht zugekommen gerade. Das geht. Noch ein Stück. Anna, wie sieht der Tee? Noch ein Stück. Getrunken, ich weiß nicht. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Nein. Frost. Oder, ich drehe. Das war extrem. Okay, jetzt reicht's. Aber das war's. Mehr nicht mehr. Mehr sicher nicht mehr. Semmel. Semmel. Jetzt. Nein, noch nicht, noch nicht. Ich muss die Semmel essen. Noch nicht. Noch nicht beruhig ist. Oder, ich drehe. Oder, ich drehe. Boah, Semmel, Semmel. So, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, will ich mich über einen, über, nein, über einen Daumen nach oben freuen. Ihr habt vielleicht gesehen, das Video ist schon etwas älter, das habe ich auch damals auf Facebook gepostet, aber ich habe mir gedacht, falls ich die Challenge hatte nicht schaffe, dann zeige ich euch das Video einfach und falls nicht, dann nicht. Aber ich habe wirklich gelitten, Leute, das ist abnormal scharf gewesen. Falls ihr in der nächsten Sendung dabei sein wollt, Sendung, ja, ich sag schon Sendung, ist ja so eine Art Sendung schon, also falls ihr nächsten Freitag wieder dabei sein wollt, dann schreibt in die Kommentare erstens eine Challenge und zweitens eine Bestrafung oder nur eins von beiden, dann suche ich mir das vielleicht gegebenenfalls raus. Und ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Freitag oder bis zum Sonntag. Da geht der Sniper Sonntag um 16 Uhr. Ich sag tschau und bis zum nächsten Mal. Euer Knorstiv. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.